Wo machst du gefüllte Zucchini? Mega einfach und lecker! Zucchinis halbieren und aushüllen, Sahne und Feta-Käse dazu, Zucchini-Gewürz-Mix aus dem Adventskalender für den Extra-Kick, mega lecker! Tomaten, Mark und Sahne vermischen und die Zucchini wieder mit der Mischung gefüllen. Und Backofen und schon ist fertig, machen wir zurück für mehr!